Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge MarioCut 8 Deluxe und wir gehen in den Glückskatzen Cup im 200er auch wieder ich bin gespannt boah, aber ich glaube die eine wird heftig, aber die kam nicht als erstes, oder? diese, ne, die Tokio-Tempo-Tour genau, und dann kam doch die als zweites, diese boah, wie heißt das, die war doch aus dem DS, ne? entweder DS oder 3DS oh mein Gott hier muss ich wieder aufpassen hab ich gar nicht gedriftet, Wahnsinn hier kann man den 200er nicht driften, ohne irgendwie mehr oder weniger was falsch zu machen, zumindest in der Kurve naja, verzieh dich naja, jetzt hab ich mich verdriftet wegen der Red Channel, ich dachte ich kann die so easy peasy nach hinten ballern so, die mag ich eigentlich ganz gerne, aber nein, kann ich ja, ja, ne, ist klar Rosalina fahrt, schaffst das ja, mhm boah, voller Schild zerstört ich mag, dass man in die, also, gegen die Schilder fahren kann ich könnte irgendwas sagen, gerade, aber weil er eben, achja, ähm, in dem letzten, ah ja, Pilz, was genau, DS, ja, oh, die, die wird jetzt so reulich, glaube ich, in 200er, ey nein, das ist schon ein böses Omen nein, das ist schon ein böses Omen oh, Link, du hast ja auch ein, das ist Ekonate Zero ja, da sieht man schon ich bin einfach aufs Auto aber hab irgendwie keinen Schaden gekriegt, also, ne, sonst hat man ja mal diese Animation da die will man in der Ba Junge, Toadie will auch Stress, ne so ein kleines Ding und so viel boah, Alter, das ist echt heavy echt, ey, wer das in 200er hier schafft, ne der ist einfach Gott im Mario Kart, glaube ich ey, gut, es kann auch sein, dass ich halt das falsche Gefährt habe, so okay, die Animation eigentlich oh ja, ich werde sowas von oh, danke, Inkling Girl, sowas von durchgenommen, ey holy shit, ey die hab ich jetzt besser genommen, aber dafür komm ich da nicht rum okay ich glaube, wenn man diese Strecke hier spielt, sollte man lieber ein anderes Kart vielleicht nehmen ja, hier muss man echt ein Kart nehmen, also wenn ich das so online mal spielen würde oder so alter Link, verpiesel dich ganz ohne Scheiß das war nicht schlecht aber hier werde ich nicht die allerbeste Platzierung machen, ja, das war jetzt blöd, ich weiß aber ich konnte nirgendwo anders hin, weil ich gedriftet bin da konnte ich nicht mehr so geil lenken oh, noch vierter, okay ja, ich glaube, für diese Strecke muss man echt ein gutes Ding zusammensetzen oh, das kann auch noch ein bisschen heikel werden aber ich glaube, nicht so sehr wie Pilzpass aber die Wolken sehen immer noch komisch aus aber ich weiß auch nicht, welche genau die so, welche Strecke sie genau jetzt überarbeitet haben generell was gemacht haben und wo oh, 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 oh die Walfi was gemacht haben oder nichts gemacht haben boah hier selbst die Computer ich hab echt das falsche Ding für diesen Kat glaube ich für diesen Kat aber ich spiel's dann nicht nochmal außer vielleicht Privat aber wenn ich es privat spiele versuch ich mir mal ein Kat zuzulegen zumindest 200er oder ein Bike oder anderes irgendwie gedöhnt damit es besser wird ich weiß auch immer gar nicht bei sowas wenn man gut um die Kurven kommt auf was man bis jetzt achten muss damit man vielleicht nicht mehr so Probleme hat jetzt hab ich euch auch mal Sobs genommen yo alter Junge stürzt mich doch nicht mit ins Zerber holy shit na jetzt hab ich den glaube ich für uns beiden weg gemacht aber egal ich bin Gönner hab ich jetzt extra gemacht damit ich gut um die Kurve komme und erstmal in die Banane reinfahre so muss es sein das will ich also wenn Toadette mich jetzt nur überholt hätte oder wenn das war Nelakito Junge denn Toadette die hab ich ja völlig vergessen ja die wird auch nochmal gut Concentration ich glaub hier bin ich mal ein bisschen leiser naja da geht's so lang oh warum lach ich gerade aus oh ich wollte hier gerade nach vorne sinken ihr Schweine ich hab schon gedriftet Junge hier dasselbe im Grün auch wie bei den Karten immer schon aber ich komm halt mit bei nichts besser klar eigentlich wie soll ich finde die schöner oder was auch immer oh man das wird hier echt schon die Katastrophe na gib mir ein besseres Alchem das wird hier echt schon Ja, sehr gut. Das war nicht schlecht, aber ich wurde runtergefallen. Wieder in Klingboi auch. Yo, ich bin über dieses Teil drüber gesprungen. Einfach. Junge. Ich glaube, das ist meine schlechteste Dingens im Mario Kart. Meine schlechteste Leistung. Zumindest hier auf YouTube. Noch. Ja, ich kann die Strecke absolut nicht. Und in den 50er müsste ich die üben. Oh mein Gott. Oh Mann. Na ja. Egal. Als ob ein Punkt... Ein Punkt? Wegen einem Punkt hat er jetzt den Kostpokal. Ja, okay. Nee, aber ich bin mit Silber völlig zufrieden. Also alles... Nee. Also in den neuen Strängen, da bin ich mit allem zufrieden, was ich kriegen kann, ey. Uh, das sieht aber auch... Geil aus. Oh, und ein neues Parkzeugteil. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn das eine letzte Runde... Und ihr könnt ein Abo und ein Like da lassen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.